Der Name ist Programm. Hier im Drompark, auf Deutsch Traumpark, ist jedem Besucher ein erholsamer Freizeitaufenthalt garantiert. Die Nähe zum Felua Meer bietet vor allem Wassersportlern unzählige Möglichkeiten rund um die 1,5 Kilometer lange Küstenlinie. Ob Surfen, Segeln, Katamaran oder Kanufahren, ob Einsteiger oder Hobbysportler. Das Angebot in dem flachen Wasser ist breit gefächert und lässt bei Aktivurlaubern mit Sicherheit keine Wünsche offen. Auf fast 30 Hektar erstreckt sich der weitläufige Park, der durch seine Lage im Nationalpark Hoge-Fehluwe zum Radfahren, Wandern, Reiten und natürlich vor allem Campen einlädt. Wir haben hier viele Gäste und auch in Zukunft hier kommen für Wassersport. Es gibt hier super Möglichkeiten für Windsuchen, Segeln, aber auch mit Motorbooten. Viele Gäste aus Nordrhein-Westfalen, um das einfach anzufahren ist. In 1,5 Stunden von Mitte Nordrhein-Westfalen sind die Leute hier. Und auch für Wochenende ist dann das nutzbar. Nicht nur allein für Urlaub, aber jedes Wochenende gibt es dann einen Urlaub. Das Thema Campen bekommt im Drumpark eine ganz neue, sehr moderne Note. Denn hier reicht das Angebot der rund 300 Ferienhäuser von Standard bis Luxus. Neben den 100 Campingstellplätzen bieten die freistehenden Chalets für vier bis sechs Personen selbst in der Grundausstattung höchsten Komfort. Und der hat mit traditionellem Camping kaum noch etwas zu tun. Camping bleibt ein Thema für manche Leute, die Windsuchen zum Beispiel, die Möglichkeiten, auch in Zukunft geben wir. Aber es endet in mehr luxuöserische Formen von Camping. Und Chalets ist eigentlich kein Camping mehr. Das ist die Entwicklung, die wir hier machen. Eine andere Sache ist, dass man immer mehr fragt nach Gruppenmöglichkeiten. Zum Beispiel, wir haben hier einen alten Bauernhof. Das ist eigentlich ein Haus, wo man mit 14 bis 18 Personen leben kann. Das ist auch ein neues Marktthema, was man sieht, dass Leute mit Gruppenurlaub oder Wochenende feiern wollen. Komplett eingerichtete Zimmer, geräumige Küchen und Wohnzimmer, Zentralheizung und dazu eine eigene Veranda mit Blick auf das Filurmeer. Die Luxusvariante der Chalets lässt mit Sicherheit den Alltagsstress vergessen. Natur und Wassersport kombinieren. Das Konzept, das sich die Fehlur auf die Fahne geschrieben hat, geht hier im Drom-Park Bad Hopp-Häusen auf jeden Fall auf.